Hallo, wie geht es dir? Mir geht es super. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Heute zeige ich dir meine Küche. Womit soll ich anfangen? Womit soll ich anfangen? Also, ganz rechts steht der Kühlschrank. Also, ganz rechts steht der Kühlschrank. Am Kühlschrank hängt ein Foto meiner Eltern. Das Foto ist mit zwei Magneten am Kühlschrank befestigt. Auf dem Kühlschrank steht die Mikrowelle. Auf dem Kühlschrank steht die Mikrowelle. Neben dem Kühlschrank steht der Geschirrspüler. Neben dem Kühlschrank steht der Geschirrspüler. Hast du auch einen Geschirrspüler? Hast du auch einen Geschirrspüler? Der Geschirrspüler ist ein Geschenk von meinen Eltern. Siehst du diese Steckdose? In der Steckdose stecken zwei Stecker. In der Steckdose stecken zwei Stecker. Der erste Stecker gehört zum elektrischen Wasserkocher. Der erste Stecker gehört zum elektrischen Wasserkocher. Der zweite Stecker ist vom Mixer. Der zweite Stecker ist vom Mixer. Direkt neben dem Mixer steht meine Pfeffermühle. Magst du Pfeffer? Pfeffer? Hier steht eine Flasche griechisches Olivenöl. Hier steht eine Flasche griechisches Olivenöl. Oben an der Wand hängen zwei Bratpfannen. Ich habe eine große und eine kleine Bratpfanne. Hier unten hängt eine Suppenkelle. Hier unten hängt eine Suppenkelle. Gleich daneben steht mein Herd. Gleich daneben steht mein Herd. Der Herd hat auch einen Backofen. Sonntags backe ich immer einen Kuchen. links und rechts vom Herd stehen zwei Küchenschränke. Das Waschbecken ist hier links. Hier sind meine sauberen Teller. Auf dem Herd stehen zwei Töpfe. Der linke Topf ist ein Suppentopf. Ich habe eine Gemüsesuppe zubereitet. Isst du gerne Suppen? Isst du gerne Suppen? Im rechten Topf koche ich gerade Kartoffeln? Ich liebe Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln. Worauf habe ich heute Appetit? Worauf habe ich heute Appetit? Ich habe Lust auf Pfannkuchen. Mein Rezept hat sechs Zutaten. Mein Rezept hat sechs Zutaten. Ich brauche vierhundert Milliliter Milch. Ich brauche vier Eier. Ich brauche vier Eier. Ich brauche zwei Hundert Gramm Mehl. Ich brauche zwei Hundert Gramm Mehl. Außerdem brauche ich etwas Zucker, Salz und Butter. Hier habe ich einen Messbecher. Hier habe ich einen Messbecher. Ich mische alle Zutaten. Danach lasse ich die Zutaten 30 Minuten im Kühlschrank stehen. Danach lasse ich die Zutaten 30 Minuten im Kühlschrank stehen. Anschließend brate ich die Pfannkuchen mit etwas Olivenöl. Für die Pfannkuchen verwende ich die große Bratpfanne. Für die Pfannkuchen verwende ich die große Bratpfanne. Hast du schon mal Pfannkuchen zubereitet? Wie sieht deine Küche aus? Wie sieht deine Küche aus? Schreibe mir jetzt bitte einen Kommentar in deiner Sprache. Schreibe mir jetzt bitte einen Kommentar in deiner Sprache. Schreibe mir jetzt bitte einen Kommentar in deiner Sprache. Schreibe mir jetzt bitte einen Kommentar in deiner Sprache. Schreibe mir jetzt bitte einen Kommentar in deiner Sprache. Schreibe mir jetzt bitte einen Kommentar in deiner Sprache.